hallo liebe youtuber herzlich willkommen im neuen video es geht zumal um meine reihe vasentricks und ich habe mir natürlich wieder was neues ausgedacht ich habe noch so viele ideen aber heute geht es zu einem wasentrick mit diesem schönen glas und da zeige ich euch mal eine nette kleine idee nach der intro ja ihr lieben es gibt so viele ideen und zum thema ideen ich habe ja im letzten video wasentricks mit diesen schönen kleinen rötlichen mini vasen gezeigt und die waren ja auf diesem hübschen tablett und da kam auch eine tolle idee von einer ganz lieben youtuberin und die hat gesagt ja es wäre eigentlich auch total schön wenn man zwischen die basen man kann ja eine eva ranke drauflegen und wenn man dann auch eine lichterkette drauflegen wird das natürlich auch für die abendstunden wunderschön tolle idee finde ich super lichter ketten ist ja auch so ein thema ja wir gehen jetzt ja so langsam in den herbst über und deswegen lichter ketten haben ganz viele bei mir bestellt und da werde ich auch wieder diese schön lichter ketten mit der schnur die werde ich auch wieder versenden und da zeige ich bestimmt auch tolle ideen damit so also da kann jetzt gerade eine kunde und hat ja als erstes gesagt schade dass ich die kamera nicht habe laufen lassen ja als erstes dann gemeint ja sie für die hochzeit vom siebten siebten die war so toll habe ich überlegt siebter siebter was haben wir da gemacht aber sie hat mir dann gesagt wie der brautstrauß war und dann wusste ich sofort wieder okay und ja es ist schön ist immer toll wenn jemand kommt und so nettes feedback gibt ja also kommen wir zurück mal zu unserem thema gibt ja immer so vasen wo man ja die eigentlich eine relativ große öffnung haben und wenn man den strauß hat der mit ja mit mit den blättern gebunden ist dann lässt sich ja der strauß sehr schön da drauf setzen aber manchmal will man gar nicht so viel blüte nehmen oder und hat auch gar nicht so viel und dann ist es eigentlich auch gibt es noch eigentlich so ein trick und beziehungsweise eine idee von mir und ich glaube ich hole mal eine rosa rose aus dem laden dafür moment ich bin gleich zurück hier eine die richtig schön dekorativ ist ja und da hatte ich so eine kleine idee und habe gedacht warum muss eigentlich ein strauß immer grad auf der vase sitzen gibt es eigentlich überhaupt keinen grund dafür und deswegen habe ich mir überlegt dass ich heute mal ein strauß macht der so ein bisschen anders aussieht ich habe blüten ausgesucht die sehr schön halten das ist eine freiland grösan theme ja und ich gehe tatsächlich heute wirklich so nach so richtig schön ins rosa thema ich habe hier eine sehr schöne große in rosa und die ich auch mit rein binden möchte ich habe ein bisschen efeu der der auch jetzt um diese zeit so wunderschöne früchte hat das ist auch ein sehr schönes stadium und nach immer immer blätter am stil ab ja das ist schon mal ganz wichtig und dann habe ich noch so ganz ausdauernde blühe das sind ornithogalum oder auch milchstern genannt die haben so diese glöckchen und die blühen tatsächlich der geht so lustig um die kurve die blühen auch sehr 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 lang die nennen sich auch gärtner schreck weil die leute kommen die kommen so lange nicht mehr weil diese blumen so irre lang halten und dann habe ich natürlich auch so eine herbstliche note das ist das sedum und da suche ich mal eins das jetzt nicht ganz so dick ist weil die sind ja alle weil die sind total üppig und wenn ich jetzt nicht so ein dickes will dann kann ich zum beispiel auch von dem sedum mal eins nehmen und teilt es einfach nehmen nehmen so einen kleinen teil die fangen schon an rosé zu werden das übrigens auch sedum ist wunderschön im garten aber die hätten gern einen sonnigen standort und da kam heute eine kundin und hat gesagt oh mein sedum das wird nichts und da haben wir ein bisschen mit ihr gesprochen und letztendlich kam raus dass sie ja dass das sedum eigentlich unter so einem farm sitzt und die wollen einfach auch sonne und licht und so wenn die guten standort haben dann machen die aus ist eine staude die immer wieder kommt und die richtig richtig toll wird und hier habe ich noch so eine herbstschönheit ich liebe sie ich habe sie als kind schon geliebt das sind diese wunderschönen fuchsschwänzchen und das sind jetzt auch ganz besonders hübsche in so einem richtig schönen ja pink rot sein kein rot ist es wirklich ist es so wie es ist ein ganz kräftiges pink ja was ich jetzt eigentlich vorhabe ist ich nehme ich nehme den efeu das ist schon mal eine sehr schöne basis und ja macht es macht die sommer zur ornithogalum nehme ich oder binde ich dazu bei der chrysantheme die hat immer so seitenzweige und die seitenzweige die mache ich ab weil wenn ich die chrysantheme jetzt hier in diesen strauß binde dann sieht man von diesen seitenzweigen eh leider nichts mehr und dann kann ich die chrysantheme mit dazu binden nehmen auch weil ich habe gedacht das ist eigentlich ganz hübsch nehmen auch mein zweites ornithogalum und dann wollte ich natürlich noch mal für die farbe und es ist auch sehr schön wenn eine runde blüte ja wenn eine runde größere blüte in so einem sträußchen ist dazu nehme ich die rose und jetzt habe ich jetzt habe ich hier die die höhe von dem ornithogalum und dann nehme ich und dann mache ich das sedum das sedum füllt sehr schön man sieht das ist nicht gerade ja im moment sieht man das hier so ja das ist fällt eigentlich zu der zu der seite zu meinem finger fällt es ab und ich lege das einfach hier so an mein sträußchen an so dass das an der seite abfallen kann dann hatte ich noch so eine ich habe gedacht ich könnte auch eigentlich mal von meinem china schiff noch mal was verwenden mal gucken wie das so aussieht ja den habe ich da draußen geschnitten der der hat sich wunderbar breit gemacht der china schiff in mein beet und dann nehme ich jetzt einfach mal nehme ich jetzt einfach mal die ja das grün das gras und leg das so als als kringel hier an und macht es auch macht es noch mal ich habe ich teile das ganze ein bisschen so und so vielleicht noch mal ein bisschen größere form so ein schwung ja das ist auch schon mal sehr schön und zu guter letzt haben wir noch mal die idee dachte ich wäre es ein sehr schöner abschluss wenn ich mein sträußchen mit einem galax blatt ja das ist auch ein exotisches blatt kann natürlich sehr sehr gut ersetzt werden auch durch ein efeu blatt ja wenn ich mein sträußchen den abschluss noch mal mit galax blättern verkleide und das ist jetzt eigentlich so ein ganz süßes süßes sträußchen das aber so das ist jetzt also ein ganz luftiges und lässiges sträußlein ich finde das ganze mal und dann zeige ich euch mal was ich eigentlich ursprünglich damit gemeint habe dass es dass ich das ein bisschen anders in die vase stellen als man das sonst macht und das ist eigentlich schon der vasentrick hat nummer vier weil das ist ja wieder so dieses problem man hat ja so viele vasen zu hause und letztendlich wenn man dann die passende vase sucht für einen strauß dann hat man dann hat man sie nicht passend und das ist es nervt eigentlich und zu hause geht mir das auch immer so und jetzt gehe ich erstmal her wie immer und schneide meine stiele schräg an vor allem die rosen ist ganz wichtig chrysantheme so und wenn ich jetzt diesen diesen strauß in mein glas einstellen wollte dann naja der steht aber naja und ja mein gedanke ist einfach dass ich das ganz bewusst so mach eigentlich wollte ich es noch extremer machen ich wollte diesen strauß tatsächlich wirklich schräg einfach schräg in das glas einstellen und ich glaube ich habe ihn schon fast zu buschig gemacht und wenn das glas größer ist und der strauß dann der kann ruhig könnte ruhig wirklich noch so fast drin liegen ja und ich wollte damit einfach nur demonstrieren es muss nicht jeder strauß gerade in der vase stehen im gegenteil also hier habe ich jetzt ganz bewusst eine asymmetrie gewählt die stiele die sind hier unten und die blüten die sind wirklich mehr auf der anderen seite und das ist eigentlich auch so ja ich ich finde total lässiger trick es gibt noch so eine kleine kleine was ich für events oft machen tatsächlich es gibt immer mal dass ich auch weiche rosen habe ja blütenblätter und was ich dann für events tatsächlich machen ist ich habe diese rose jetzt einfach von blütenblätter abgetrennt und für events mache ich dann die blütenblätter ins glas rein die halten eigentlich tatsächlich auch ein paar tage wenn man die so im glas lässt und dann gießen wir wasser auf und dann haben wir eigentlich total cool ja total cool farblichen look weil die farbe also wichtig ist natürlich dass die blütenblätter im glas drin sind und die farbe ist jetzt nicht nur oben an der blüte sondern die farbe sitzt auch im glas drin und das ist eigentlich ganz ganz witzig und ganz ganz süß und wenn man so eine rose hat und man sagt ach die ist nicht mehr schön genug dann kann man immer noch diese rose einfach rupfen und einfach in das wasenwasser mit rein machen und hat dann noch so einen richtig schönen farbeffekt und wenn sie irgendwann kaputt ist dann fischt man sie raus macht das wasser frisch und und dann ist auch alles gut ja ihr lieben das war jetzt eigentlich noch mal ganz auf die schnelle so ein kleines kleines sträußchen was ich euch zeigen wollte was man so ganz lässig machen kann und oder auch wenn ja für die kaffeetafel oder auch mal zum verschenken also es muss nicht weniger ist manchmal mehr und es muss gar nicht immer ein riesen strauß sein es können drei vier blüten sein einfach schräge schräg gestellt in die vase ganz easy und schon hat man eine ganz tolle deko ja wie wie hat euch dieser trick gefallen der wasen trick nummer vier ich habe da noch so ein paar tricks auf lager und ich glaube ich habe da so eine kleine auflistung gemacht so ein kleines brainstorming zu hause da fällt mir noch echt viel ein und ganz nebenbei gehen wir natürlich auch in die herbstzeit so langsam mit den ganzen schönen früchten also es gibt es gibt viel zu berichten es gibt viel zu tun und ich verabschiede mich für heute mit diesem kleinen schönen sträußlein in der vase macht's gut ihr lieben ciao ach ja und ne moment hier fällt mir noch ein eigentlich war ja mein ursprünglicher gedanke das habe ich vor lauter reden total vergessen eigentlich wollte ich ja zu diesem strauß noch diesen amaranthus binden und wollte den kann hier so raushängen lassen und dann ist natürlich die schrägwirkung und dass der strauß hier so liegt und wenn dann der amaranthus runter läuft dann ist es natürlich noch mal verstärkt aber das habe ich jetzt vergessen den verwende ich mal im nächsten video mit dem fällt mir noch was ein also macht's gut jetzt endlich tschüssi binden 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 Vielen Dank.